Was ist die Kirche für die Kirche? Natürlich gibt es trotzdem hier und da gute Gemeinden, natürlich gibt es trotzdem hier und da wiedergeborene Christen, mit denen du Gemeinschaft haben kannst, nur ist es leider ziemlich schwer. Aber deswegen mache ich dieses Video, um dir zu helfen, eine gute Gemeinde zu finden, dir ein paar Tipps zu geben, wonach du suchen solltest. Und in der Beschreibung unten werde ich auch eine Übersicht guter Gemeinden verlinken, die wir persönlich empfehlen können. Wonach solltest du suchen, wenn du auf der Suche nach einer guten Gemeinde, einer guten Kirche bist? Zuallererst sollte die Gemeinde natürlich das richtige Evangelium lehren, besonders der Pastor, die Gemeindeleitung sollte das richtige Evangelium lehren, logischerweise. Das heißt, wenn die Gemeinde lehrt, dass du irgendwie von deinen Sünden umkehren musst, um gerettet zu werden, im Sinne von besseres Leben leben musst, um gerettet zu werden, irgendwelche Sünden aufgeben musst, dann ist das ein falsches Evangelium, das ist Werksgerechtigkeit, dann solltest du sofort Abstand nehmen von dieser Gemeinde. Wenn die Gemeinde lehrt, oder konkret der Pastor, das ist eigentlich das Entscheidende, dass du Jesus zu deinem Herrn machen musst, um gerettet zu werden. Du kannst nicht einfach nur an Jesus glauben, du brauchst nur eine Beziehung mit Jesus, du musst ihn zu deinem Herrn machen, um gerettet zu werden. Also sogenannte Lordship Salvation, das ist auch ein falsches Evangelium. Wir werden gerettet, indem wir glauben an den Namen des Herrn Jesus Christus, einfach auf ihn vertrauen. Natürlich sollen wir auch Jesus nachfolgen, aber nicht, um gerettet zu werden. Das Ding ist, wenn ich an Jesus glaube und Jesus nicht nachfolge, dann bin ich trotzdem gerettet, weil ich an ihn geglaubt habe, ewiges Leben bekommen habe. Die Gemeinde sollte möglichst ein Evangelisationsprogramm haben, Seelengewinn gehen. Das wird in den wenigsten Fällen so sein, aber zumindest sollte die Gemeinde offen dafür sein, der Pastor sollte offen dafür sein. Du kannst es einfach offen ansprechen. Hey, ich würde gerne Seelengewinn gehen, so und so mache ich das. Vielleicht ergibt sich eine Chance, dass du mit jemandem aus der Gemeinde Seelengewinn gehen kannst. Das wäre eine große Chance für dich als wiedergeborener Christ, selbst Seelengewinn zu gehen. Du solltest das unbedingt versuchen. Also, am wichtigsten ist natürlich das richtige Evangelium. Ja, nicht irgendwie Ruße von Sünden, um gerettet zu werden. Lordship Salvation, du musst Jesus zu deinem Herrn machen. Natürlich auch nicht Taufe, um gerettet zu werden. Auch kein Hyperdispensationalismus, von wegen, dass die Menschen im Alten Testament durch ein anderes Evangelium gerettet wurden. Das ist auch ein anderes, falsches Evangelium. Jemand, der sowas lehrt, ist ein Irrlehrer. Du solltest unbedingt darauf achten. Und dann möglichst ein Seelengewinnprogramm, ein Evangelisationsprogramm. Wenn das noch nicht existiert, sollte die Gemeinde zumindest offen dafür sein, sodass du eine Chance hast, mit jemandem aus der Gemeinde Seelengewinn zu gehen. Drittens solltest du darauf achten, dass in der Gemeinde möglichst hauptsächlich die Schlachter 2000 gelesen wird. Du wirst wohl kaum eine Gemeinde finden, in der ausschließlich Schlachter 2000 gelesen wird. Aber du solltest zumindest darauf achten, dass die Gemeinde Wert darauf legt, dass der Pastor Wert darauf legt, dass eine Übersetzung des Textus Rezeptus gelesen wird. Möglichst die Schlachter 2000. Das wäre sehr gut. Denn von der Bibel ist natürlich nicht nur unsere Rettung abhängig, auch unser Wachstum im Glauben. Ich meine, wir sind Christen, es geht um die Bibel. Da solltest du darauf achten, welche Bibelübersetzung gelesen wird. Nicht irgendein Schwachsinn wie NEÜ, NGU, Hoffnung für alle, neues Leben, was auch immer. Sondern von der Gemeinde sollte empfohlen werden, dass du die Schlachter 2000 liest. Oder die Luther 1912. Ich meine, in Deutschland ist natürlich nicht dieselbe Situation wie in englischsprachigen Ländern, wo man danach Ausschau halten sollte, in eine KJV-only-Gemeinde zu gehen, wo nur die KJV gelesen wird. Wir haben nicht dieselbe Situation in Deutschland. Wir haben keine zu 100% Perfektübersetzung. Wir haben aber eine sehr gute Übersetzung, die Schlachter 2000. Deswegen solltest du darauf achten, dass die bevorzugt wird. Also, richtiges Evangelium am allerwichtigsten, ein Evangelisationsprogramm, Seelengewinn, die richtige Bibelübersetzung, dass darauf Wert gelegt wird. Und du solltest darauf achten, dass der Pastor qualifiziert ist. Ein Pastor, das steht in 1. Timotheus Kapitel 3, muss verheiratet sein und Kinder haben. Die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2, Jemand, der nicht verheiratet ist, keine Kinder hat, wie soll der Pastor sein, wie soll der für die Gemeinde Gottes sorgen. Das funktioniert nicht. Also, achte darauf, dass die Gemeinde das richtige Evangelium lehrt. Dass die Gemeinde offen ist für Seelengewinn. Dass die Gemeinde eine gute Bibelübersetzung empfiehlt, die Schlachter 2000, dass die bevorzugt gelesen wird. Oder, wie gesagt, eine Luther-Übersetzung, eine ältere, zum Beispiel Luther 1912. Und dass der Pastor qualifiziert ist. Ich möchte dir auch den Tipp geben, mit der richtigen Haltung heranzugehen an die Gemeindesuche in Deutschland. Mach dich darauf gefasst, dass du nicht mit allen Lehren übereinstimmen wirst. Aber das ist in Ordnung. Das ist kein großes Problem. Geh mit der Haltung heran, was zu lernen. Und ich sag's dir offen, wenn du etwas lernen willst, dann wirst du was lernen. Auch wenn die Gemeinde nicht so super toll ist. Es hängt wirklich von deiner Haltung ab, ob du etwas lernst oder nicht. Ob du im Glauben wächst oder nicht. Geh mit der Haltung heran, jeden Sonntag im Gottesdienst was zu lernen. Dienen, Gott zu dienen. Geh für Gott, geh für den Herrn in den Gottesdienst, in die Kirche. Mach das nicht für dich, dass du irgendwie in deiner Lieblingsgemeinde bist. Sondern mach das für den Herrn. Geh mit der richtigen Haltung heran, etwas zu lernen, Gemeinschaft zu haben mit den Geschwistern und zu dienen. Und ich denke, das ist ein großes Problem bei vielen wiedergeborenen Christen in Deutschland. Die da einfach sagen, ach, es gibt gar keine gute Gemeinde. Und ich kann in gar keine Gemeinde gehen. Alle sind schlecht. Aber das ist nicht der Fall. Es sind nicht alle schlecht. Du findest wiedergeborene Christen in Deutschland. Du findest gute Gemeinden. Auch wenn es wenige sind, aber du findest ein paar, in denen du was lernen kannst und im Glauben wachsen kannst. Wenn du gerettet bist, lass dich taufen. Dann finde dazu eine gute Gemeinde. Geh regelmäßig in den Gottesdienst. Lies die Schlachter 2000. Versuche Seelengewinn zu gehen. Ich werde auch unten verlinken ein Seelengewinn-Seminar von Pastor Jimenez. Das du dir anschauen solltest und such dir einen stillen Partner in der Gemeinde. Geh auf eigene Faust los. Fang was an. Natürlich in Absprache mit dem Pastor. Der sollte damit einverstanden sein. Wenn der Pastor nicht mit Seelengewinn einverstanden ist, dann ist es nicht die richtige Gemeinde. Weil wir natürlich als Christen den Missionsbefehl erfüllen sollen. Das Evangelium der Gottesentschöpfung predigen sollen. Das ist unser Ziel, unser Sinn in diesem Leben. Ich hoffe, dass du im Glauben wächst. Dich taufen lässt. Falls du dir noch nicht sicher bist, ob du in den Himmel kommst. Dann schau bitte den biblischen Weg zum Himmel an. Auch unten verlinkt in der Beschreibung. Gottes Segen. Bis dann, an einem Mal. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!